Hallo lieber Sigi, was kochen wir denn Schönes? So, dann machen wir jetzt ein schönes Kalbschulter-Scherzl. Habe ich bestellt bei Gummiviesbauer. Internet, perfekt. Geliefert bekommen. Zeitgerät geliefert bekommen. Ein wunderschönes Stück. Das werden wir dann jetzt ein bisschen zuparieren. Das geht alles weg. Okay. Dann werden wir es ein bisschen mit Wurzelwerk anbraten in der Pfanne. Und dann machen wir eine schöne Soße. Und dazu geben wir ein paar feine Nudeln und ein bisschen Gemüse. Das habe ich da hier schon vorbereitet. Das werden wir dann auch schön glasieren als Beilage. Sigi putzt bzw. pariert das Fleisch. Die Abschnitte heben wir uns für die Soße auf. Das ganze Kalbschulter-Scherzl nun auf beiden Seiten salzen und pfeffern. So, dann werden wir es einmal anbraten. Ja. Dann haben wir gehört schon. Schön. Jetzt botzelt das ein bisschen eine schöne braune Farbe in der Zwischenzeit. Schneiden wir ein bisschen ein bisschen dem Wurzelgemüse, das wir mitrösten. Das sieht man nicht schön. Wichtig beim Fleisch ist, es nur so lange anzubraten, bis es auf beiden Seiten eine gute Farbe hat. Aha. Ja. Jetzt kommt alles zum Fleisch in die Pfanne, auch die Abschnitte. Das war's mal. Nach kurzem gemeinsamen Anbraten aller Zutaten nehmen wir das Fleisch heraus, um das Gemüse zu tomatisieren. Tomatisieren. Aufgegossen wird mit Kalbsfond. Kalbsfond. Ja. Den giechen wir aus. Da kann man auch einen fertigen, das kann man schon fertig kaufen. Ja. Das ist kein Problem. Oder sonst nehmen wir Wasser, wenn ich nur habe. Aha. Ja. Und da muss man halt nur besser würzen. Mhm. Ja. Welche Kräuter nimmst du? Gleich den ganzen? Ja. Gleich so, wie es ist. Das gibt herrlichen Duft. Ja. Ein bisschen Rosmarin dazu. Mhm. Rosmarin. Und jetzt geben wir ein schönes Stück rauf. Und da kocht's unten drunter. Und das köchelt und das geben wir ins Backrohr. Dann immer wieder übergießen. Ja. Mal drehen. Mit der eigenen Sauce übergießen. Und der Saft, das austritt, verbindet sich mit dem und es wird hervorragend. Herrliche Sache. Backrohr ist warm. Backrohr 180 Grad. Währenddessen ist das Gemüse an der Reihe. Zuerst werden die Karotten angeröstet und mit wenig Wasser wird aufgegossen. Dann lassen wir sie weiter dünsten. Wenn die Karotten bissfest sind, die Fisolen beigeben. Den Effekt eines Dampfgarers erzielt man, wenn man das Gemüse zudeckt. Also in dem Fall. In dem Fall dürfen wir jetzt. Kann man einen Deckel, soll man auch einen Deckel verwenden. Zum Schluss noch die Erbsenschoten hinzufügen. Der Braten ist fertig und kommt aus dem Ofen. Sigi, nach einer Stunde, was bringst du herrliches. Schaut das nicht herrlich aus? Traumhaft. Ich sehe, die Nudeln sind schon vorbereitet. Ja, die haben wir auch schon vorbereitet. Also wunderschön. Rechtzeitig zum Anrichten gesellt sich auch unsere Glücksbringerin zu uns. Das ist jetzt richtig. Genauso schöne Scheiben. Das kann man eh nicht viel schief machen. Ich mache kein wunderschönes Fleisch. Nach dem Anrichten vollendet Sigi das Gericht mit Bratensauce und Rosmarin. Super. Ganz schönes Natursaft. Da braucht man gar nicht viel abbinden oder sonst irgendwas. Braucht man nicht. Einfach so gelassen. Also in dem Fall jetzt Rosmarin dazu. So. Herrlich, oder? Traumhaft. Ich hoffe, Sie haben alle brav an Ihren Knöpfen gedreht. Danke Sigi, danke Sonja und wir wünschen viel Glück für das Jahr 2012. Wiederschauen. Und natürlich viel Freude beim Nachkochen. Cause truth. Und jetzt sind wir wieder so schnell an den Fall der metre Cole. Ich hoffe, ihr habt euch gehört. Da wir euch gehört. Dann habe ich wieder. Speaker. So, repository an application. Untertitelung des ZDF, 2020